Was bisher so passiert ist. Vorübergehend sind Plätze frei geworden im Corps de Ballet. Und die Compagnie hat vor, einige des dritten Jahrgangs für den Rest der Saison hier einzusetzen. Sir Jeffrey hat eine Liste aller, die seinem Ideal entsprechen. Wo stehe ich auf der Liste? Ihre Beine. Er mag sie länger. Ich habe immer so getan, als wüsste ich, wo du steckst. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist schon komisch. Ich glaube, ich habe den Bus höchstens ein- oder zweimal benutzt. Da ist man ganz schön fertig, ja? War ganz okay. Ich hatte viel Zeit, mich in Sudoku zu verbessern. Danke. Bitte. Also, es ist schön, dass Sie jetzt so viel Zeit zusammen verbringen. Ja. Er hat mir gar nicht erzählt, dass die Schule wieder begonnen hat. Es ist fast März, Raph. Das hättest du dir doch wohl denken können. Hey, wie geht's dir? Mir ist kalt. Ach, das hatte ich vergessen. Tara rief neulich an. Und ich sagte, sie soll mal vorbeischauen. Na ja, ihr zwei wollt sicher. Und ich werde... Na, was machst du? Hattest du hier Unterricht? Ja, im Kingston Center für klassische Kunst. Christian, entschuldige, dass ich hier so aufkreuze, aber du hattest versprochen, wiederzukommen. Und ich verstehe ja, dass du das nicht tust. Aber vollkommen abzutauchen? Denk mal dran, dass wir uns Sorgen machen. Wer ist wir? Na, wir alle. Deine Freunde. Ich hab hier auch Freunde. Es ist ja kein Geheimnis. Ich hab davon geträumt, mir viel Stress gemacht und dafür gearbeitet. Und jetzt gehöre ich dazu. Zur Kompanie. Sicher, es ist nur vorübergehend. Aber trotzdem, es ist ein großer Schritt. Siehst du, das ist doch doppelgenial. Sie finden mich todsicher lustig und vergessen nicht meinen Namen. Ich nehme diese Erfahrung ganz souverän und locker. Ich bin nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und zittere, weil ich hier neben meinen Helden tanzen darf. Ich genieße es nur, dass ich dazugehöre. Äh, Ben Tickel. Oder auch Benster. Wie du willst. Die Chorjungs haben mich runtergeschickt. In ihrer Garderobe ist alles voll. Ach ja, das kommt manchmal vor. Die hier sind für die Solisten. Aber du wirst schon was finden. Ist klar. Bitte. Versuch uns nicht zu sehr zu blamieren. Ähm, okay. Sorry. Ich dachte, die weltbeste Ballettschülerin kann Spaß verstehen. Ach, total. Ja, ich lache eher so nach innen. Tara! Hi, Isabel. Ist ja unglaublich, dass du hier aushelfen darfst. Wie geht es, Ethan? Sag bloß, ist das die Tara, die dir dein Freund weggeschnappt hat? Das ist aber schon sehr lange her. Ach du, ich hätte sowieso Schluss gemacht wegen dieses irren Motocross-Typen. Trotzdem. Es war nirgendwo Platz. Ich verstehe nicht, wie das hier läuft. Ich bin Abigail Armstrong. Tänzerin, Performerin, Künstlerin. Schnitt. Weißt du, wer Experte für Demo-Bänder ist? Ethan. Machen wir eine Konferenz-Schaltung. Dieses Intro hebt sich ab. Seinen Rat brauche ich nicht. Glaub nicht, dass das große Schweigen nicht aufgefallen wäre, das über deinem Sommer in Barcelona liegt. Heb dir doch solche Spekulationen für deine Freizeit auf. Die Kompanie will mich nicht, also will ich sie auch nicht. Aber es gibt hunderte Tanzkompanien auf der Welt, die das hier haben wollen. Arroganz im Unglück. Nett. Also, worin bist du am besten? Klassisch oder modern? Tay-Bow? Ich hab keine Ahnung. Das Royal will was Klassisches. Das neue Prag steht jetzt auf Twyla Farb. Und NBP möchte vielleicht Verse hören aus Hamlet, wenn ich Fouités tanze. Wir decken alles ab. Also dann. Wenn du das Spezialseiz vergessen hast, Sea-Dog. Hey, seht mal. Zu verkaufen. Wir brauchen einen Untersatz. Du brauchst vor allem einen Job, Alter. Halt die Klappe. Geld reicht doch. Deshalb dürfte ich ja wieder mal zahlen. Siehst du, die Haube ist dreckig. Den kann ich todsicher runterhandeln. Da hast du nicht alle. Da ist er, komm. Danke. Ah, da kommen ja unsere jungen Hühner. Kommt, ich nehm euch unter meine Fittiche und habt Spaß an meinen bäuerlichen Wortspielen. Wo fangen wir an, Rebecca? Ganz von vorn. Wunderbar. So, ihr Mädchen. Achtet schön auf das andere Federvieh und steigt ein, wenn ihr es kapiert habt. So, stopp, bitte. Tara, die nächste Vorstellung ist schon morgen Abend. Verzeihung, darf ich fragen, was die Hühner motiviert? Ach, und ich möchte noch fragen, wie die Garderoben aufgeteilt sind. Es ist so. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen und wir hatten eine Henne, Miss Fleckhühnchen. Die hat sich immer mit Dreck geputzt. Etwa so. Ist das ein Vorschlag zur Änderung der Choreografie? Oh nein, natürlich nicht. Die ist meisterhaft. Ich dachte nur, meine Motivation wäre vielleicht Hühnerhygiene. Na, dann zeig es uns. Zwei und drei und Tara. Hühner haben zwar ein Erbsenhirn, aber sie sollten doch im Takt tanzen. Ich nehme an, das gehörte nicht zu deiner Hygieneidee. Das Landvolk auf die Bühne, bitte. Also, ich fand das ganz reizend. Auf keinen Fall. Und weiter. Und jetzt wiederhole bitte. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Halt die Klappe! Die Klappe! Die Klappe! Ja! Darf ich? Wollen wir tanzen? Ja! 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 Okay! Ja! Ja! Nein! Ja! Hey, SeaDog, ich habe ihn eben runtergehandelt. Los, steig ein. Ja. Was war das denn für ein Schaden? Das war die absolute Gelegenheit. Seht ihr? Der hat es echt geglaubt. Alter, das ist doch Schwachsinn. Wir müssen... Wir müssen den zurückbringen, bevor das einer merkt. Dann lass mich raus. Lass mich raus, du Idiot. Ich bin vorbestraft. Ja, ist meine Mutter auch. Jetzt halt schon an! Dann lauf schön nach Hause, du Loser. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey! Hey! Ben! Musst du immer nackt sein? Was? Tara, hi! Ich hatte gehofft, wir hören uns. Alles okay? Äh, ja, hi! Ich hab das gehört von Sammy. Es tut mir sehr leid. Letztes Jahr war... Es war eine harte Zeit für uns alle. Übrigens, ich hab was für dich. Der gute Sir Jeffrey fördert nicht gerade die Kreativität in seinem Chor. Immer wenn ich frustriert war, hat mein Mentor mich Notizen machen lassen, um inspiriert zu bleiben. Danke! Wenn du willst, geh ich noch schnell die Landmädchen-Variation mit dir durch. Deine Phrasierung war etwas daneben. Heute Abend wird es besser. Ich werde die Aufführung genießen und mich auf den Ausdruck konzentrieren. Hast du nicht zugehört? Mach dir keinen Stress wegen des Ausdrucks, ja? Lern die Schritte und versuch dich einzufügen. Du weißt ja, ich hatte nicht sehr viel Zeit zum Schneiden. Oh, ich würde mir Fehler notieren. Wo ist mein Intro? Ach, das flog ganz früh raus. Ach seht mal, ein tanzender Fötus. Was? Nein, ehrlich, das ist verbotene Kinderarbeit. Woher hast du denn das? Ich kann doch nichts wegschmeißen. Meine Sammlung ist umfangreich. Also, wie findest du's? Sie hat früher da drüben gewohnt. Kayla Roonikoff. Ich glaub, sie und die Comic-Crew haben einen Job in Brisbane oder so. Hast du ihre Daten? Früher hatte ich die. Halb so weit. Du hast keinen Halt, wenn die Hand so weit außen ist. Ja! Ja! Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Aber es war damals sicher kein Fehler, dich aufzunehmen. Ich halte es nicht aus, wenn sämtliche Kompanien der Welt mir sagen, dass ich nicht zu ihm passe. Dass ich nicht gut genug bin. Ist gut, Schluss jetzt. Das, was du mir hier erzählst. Diese Rede, ich gebe es auf. Die habe ich schon hundertmal gehört. Aber von dir möchte ich sie nicht hören. Noch nicht. Für die nächsten zwei Wochen wirst du krank sein. Kein Unterricht, kein Training. Sag allen, du hast einen Drüsenfieber. Kann das vielleicht auch was nicht so Ekliges sein, bitte? Nach zwei Wochen. Wenn du dann noch hinschmeißen willst. Dann...reden wir nochmal. Viel Glück. Du warst echt gut. Ein vollkommen akzeptabler Hühnertanz. Ich musste dauernd an Saskia denken. Er ist das komische Geschenk aus schlechtem Gewissen und sie meinte, ich soll nicht mehr Bestes geben. Ich meine, ich spiele ein Landmädchen und Tara Webster kennt Landmädchen. Ja, dann tanzt dein Ding. Achtung, Entschuldigung. Die Besenkammer ist für Unbefugte verboten. Benz, das Reich allein. Ja, das Berti. Untertitelung. BR 2018 Miss Fleckhühnchen, komm bitte her. Als Mitglied des Cour de Ballet hast du ausschließlich die Aufgabe, zehn Zentimeter vom Tänzer zu deiner Linken zu bleiben und zehn Zentimeter von dem zu deiner Rechten und jede ihrer Bewegungen perfekt widerzuspiegeln. Ich weiß nicht, was dich bewogen hat zu dem Verstoß gegen diese fundamentalen Regeln. Außer vielleicht die Hühnerstimmen in deinem Kopf. Ach, lass es doch gut sein. Wir haben alle mal angefangen. Sie macht es das nächste Mal besser. Dieses Mal bin ich nicht von der Wirklichkeit enttäuscht. Es ist ja die Kompanie und die ist zu wichtig. Wenigstens ist Saskia auf deiner Seite. Ist es dadurch weniger ungewöhnlich? Entschuldigung, kannst du mir ein Autogramm geben? Ja, sehr gern. Bist du auch Tänzerin? Ja! Es wird Zeit, alles mal andersherum zu sehen. Saskia hat vielleicht recht. Ich muss mich selbst inspirieren. Ich glaube, ich werde jetzt Tagebuch führen in diesem Jahr. Über das Gute und das weniger Gute. Das Auf und Ab. Du solltest vielleicht woanders schlafen. Schon mal gehört vom Denkgefieber? Auf die Art halte ich nichts von dem, was passiert, für selbstverständlich. Du solltest vielleicht nicht von dem, was passiert, für selbstverständlich. Was bisher so passiert ist. Vorübergehend sind Plätze frei geworden im Cor de Ballet. Und die Kompanie hat vor, einige des dritten Jahrgangs für den Rest der Saison hier einzusetzen. Sir Jeffrey hat eine Liste aller, die seinem Ideal entsprechen. Wo stehe ich auf der Liste? Ihre Beine. Er mag sie länger. Ich habe immer so getan, als wüsste ich, wo du steckst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist schon komisch. Ich glaube, ich habe den Bus höchstens ein- oder zweimal benutzt. Da ist man ganz schön fertig, ja? War ganz okay. Ich hatte viel Zeit, mich in Sudoku zu verbessern. Danke. Bitte. Also, es ist schön, dass Sie jetzt so viel Zeit zusammen verbringen. Ja. Er hat mir gar nicht erzählt, dass die Schule wieder begonnen hat. Es ist fast März, Raph. Das hättest du dir doch wohl denken können. Hey, wie geht's dir? Mir ist kalt. Ach, das hatte ich vergessen. Tara rief neulich an. Und ich sagte, sie soll mal vorbeischauen. Na ja, ihr zwei wollt sicher. Und ich werde... Na, was machst du? Hattest du hier Unterricht? Ja. Im Kingston Center für klassische Kunst. Christian, entschuldige, dass ich hier so aufkreuze, aber du hattest versprochen, wiederzukommen. Und ich verstehe ja, dass du das nicht tust. Aber vollkommen abzutauchen? Denk mal dran, dass wir uns Sorgen machen. Wer ist wir? Na, wir alle. Deine Freunde. Ich habe hier auch Freunde. Eine gute Heimreise. Es ist ja kein Geheimnis. Ich habe davon geträumt, mir viel Stress gemacht und dafür gearbeitet. Und jetzt gehöre ich dazu. Zur Kompanie. Sicher, es ist nur vorübergehend. Aber trotzdem, es ist ein großer Schritt. Siehst du, das ist doch doppelgenial. Sie finden mich todsicher lustig und vergessen nicht meinen Namen. Ich nehme diese Erfahrung ganz souverän und locker. Ich bin nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und zittere, weil ich hier neben meinen Helden tanzen darf. Ich genieße es nur, dass ich dazugehöre. Ben Tickel oder auch Benster, wie du willst. Die Chorjungs haben mich runtergeschickt. In ihrer Garderobe ist alles voll. Ach ja, das kommt manchmal vor. Die hier sind für die Solisten. Aber du wirst schon was finden. Ist klar. Bitte, versuch uns nicht zu sehr zu blamieren. Ähm, okay. Sorry, ich dachte, die weltbeste Ballettschülerin kann Spaß verstehen. Ach, total. Ja, ich lache eher so nach innen. Tara! Hi, Isabel. Ist ja unglaublich, dass du hier aushelfen darfst. Wie geht es Ethan? Sag bloß, ist das die Tara, die dir dein Freund weggeschnappt hat? Das ist aber schon sehr lange her. Ach du, ich hätte sowieso Schluss gemacht, wegen dieses irren Motocross-Typen. Trotzdem. Es war nirgendwo Platz. Ich verstehe nicht, wie das hier läuft. Ich bin Abigail Armstrong. Tänzerin, Performerin, Künstlerin. Schnitt. Weißt du, wer Experte für Demobänder ist? Ethan. Machen wir eine Konferenzschaltung. Dieses Intro hebt sich ab. Seinen Rat brauche ich nicht. Glaub nicht, dass das große Schweigen nicht aufgefallen wäre, das über deinem Sommer in Barcelona liegt. Heb dir doch solche Spekulationen für deine Freizeit auf. Die Kompanie will mich nicht, also will ich sie auch nicht. Aber es gibt hunderte Tanzkompanien auf der Welt, die das hier haben wollen. Arroganz im Unglück. Nett. Also, worin bist du am besten? Klassisch oder modern? Taibo? Ich hab keine Ahnung. Das Royal will was Klassisches. Das neue Prag steht jetzt auf Twyla Farb. Und NBP möchte vielleicht Verse hören aus Hamlet, wenn ich Fouetés tanze. Wir decken alles ab. Also dann. Wenn du das Spezialsalz vergessen hast, Sea Dog. Hey, seht mal. Zu verkaufen. Wir brauchen einen Untersatz. Du brauchst vor allem einen Job, Alter. Halt die Klappe, Geld reicht doch. Deshalb dürfte ich ja wieder mal zahlen. Siehst du, die Haube ist dreckig. Den kann ich todsicher runterhandeln. Hast du nicht alle? Da ist er, komm. Danke. Ah, da kommen ja unsere jungen Hühner. Kommt, ich nehm euch unter meine Fittiche und habt Spaß an meinen bäuerlichen Wortspielen. Wo fangen wir an, Rebecca? Ganz von vorn. Wunderbar. So, ihr Mädchen. Achtet schön auf das andere Federvieh und steigt ein, wenn ihr es kapiert habt. So, stopp, bitte. Tara, die nächste Vorstellung ist schon morgen Abend. Verzeihung, darf ich fragen, was die Hühner motiviert? Ach, und ich möchte noch fragen, wie die Garderoben aufgeteilt sind. Es ist so. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen und wir hatten eine Henne, Miss Fleckhühnchen. Die hat sich immer mit Dreck geputzt. Etwa so. Ist das ein Vorschlag zur Änderung der Choreografie? Oh nein, natürlich nicht. Die ist meisterhaft. Ich dachte nur, meine Motivation wäre vielleicht Hühnerhygiene.